Apana Gamanasana. Eine Übung, um Apana zu harmonisieren und in Bewegung zu setzen. Setze dich auf den Boden, beuge das rechte Knie und bringe den rechten Fuß unter das linke Knie. Hebe den linken Fuß hoch und bringe den linken Fuß an die Wurzel des rechten Oberschenkels, also an die Hüftbeuge. Dann gib die Handflächen zum Nabel hin. Sei es, wie Sven ja jetzt macht, die Hände einfach so drauf geben. Sei es, dass du die Hände in der Höhe des Nabels hältst, die Handflächen nach oben. Apana ist eine der fünf Pranaströme, Energiestrom, welcher die Ausscheidungsorgane steuert, welcher verantwortlich ist auch für Sexualität, für Geburt, für Menstruation, also für alle Energien, die das nach unten gehende harmonisieren. Und Gamana heißt kommen, hingehen, sich begeben. Und so ist das ein Asana, welcher hilft, den nach unten gehenden Atem zu harmonisieren. Dieser Stellung kannst du auch meditieren. Es hilft manchmal so, die Beinstellung mal etwas zu verändern und sich bewusst zu machen, dass durch Änderung der Beine auch der Geist geändert wird. Wir kennen typischerweise im Yoga die Hauptstellungen Padmasana, Siddhasana, Sukhasana und Vajrasana. Es gibt natürlich dann noch Ardapadmasana, Ardhasidasana, Muktasana, Sukhasana, Vajrasana, Asandasana. Aber neben diesen Hauptstellungen gibt es noch viele weitere, die zum Teil benannt sind nach großen Meistern und hier eben genannt wird Apana Gamanasana. Mehr Informationen über all diese Sitzhaltung und einige tausend Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de, die umfangreichste Sammlung von Yoga-Übungen im deutschsprachigen Raum.